Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe wieder den bezaubernden It's Me Jackie D an meiner Seite. Schön, dass du da bist. Bruder, ich freue mich auch wieder hier am Start zu sein. Heute wollen wir über Sammlungen reden und über unsere Sammlungen. Außerdem wollen wir das Konzept mal ein bisschen switchen. Heute wird nämlich in dieser Folge auf meinem Kanal It's Me Jackie D über seine Sammlung reden und auf seinem Kanal werde ich dann über meine Sammlung ein bisschen quatschen. Übrigens, wir sind auch auf Spotify und du kannst uns jederzeit anhören, also auch unterwegs sind wir jederzeit für dich verfügbar. Schau doch mal vorbei, gib uns gerne 5 Sterne, würde uns sehr freuen. So, mein Lieber, wir wollen ja über deine Sammlung heute reden und da kommt natürlich die Frage auf, was definierst du eigentlich als deine Sammlung? Sind es auch deine Decks? Sind es nur Karten, die du hast, die du ausstellst, die du gegradet hast, weil ich ja weiß, dass du viele gegradet Karten hast? Oder was ist denn deine Sammlung? Sind es deine Binder? Sind es alle deine Karten? Erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Jawohl. Also, sammlungstechnisch würde ich die Decks, um das klarzustellen, schon so ein bisschen reinmachen. Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, so was gehört zu meiner Sammlung. Ich habe beispielsweise auch Bulk hier, den ich jetzt nicht wirklich zu meiner Sammlung zähle. Also Sammlungen sind für mich, also rein individuell quasi definiert, die Sachen, zu denen ich auch einen wichtigen Bezug habe und die mir wichtig sind, die ich vielleicht auch, ist das nochmal ein Faktor, gezielt gekauft habe. Wie eben meine Dekors, dann die Sachen für den Alcatel-Binder und, und, und. Aber nicht eben so diesen Bull-Kram, wo du 20 Ultra-Rares irgendwie in einem Booster wegkriegst, die du dann alle zehnmal hier rumliegen hast. Also das ist für mich nicht so ein wirklicher Teil von der Sammlung. Also ich glaube, meine Sammlung ist eher, da ist eher der Fokus auf der Qualität anstatt auf der Quantität. Also ich gucke nicht, dass ich ganz, ganz viele Karten habe, sondern dass ich die Karten, die ich dann habe, dass die schön aussehen. Und du darfst jetzt tatsächlich auch entscheiden, weil ich bin ja ein leidenschaftlicher Yu-Gi-Oh!-Spieler, habe aber auch eine Yu-Gi-Oh!-Sammlung, habe aber auch eine Pokémon-Sammlung. Und du darfst gerne entscheiden, weil wir hier heute auf deinem Kanal sind, welche Sammlung, also über welche Sammlung wir jetzt als erstes sprechen. Was würde dich denn am meisten interessieren? Ähm, ich glaube, da viele von uns Yu-Gi-Player sind, würde ich mit der Yu-Gi-Sammlung anfangen. Weil Pokémon finde ich mega nice und ich weiß, dass du ja schon neulich das 101-Set ein bisschen vervollständigt hast oder inzwischen komplett vollständig hast, ne, das Master-Set. Das, die, die kenne ich schon. Also das Video habe ich auch geguckt. Also das fand ich super geil, habe mich richtig abgeholt, weil es sind so viele Artworks dabei. Ach, lass uns über die Pokémon-Sammlung zuerst reden. Wir reden gerade eh schon über die Artworks 101. Lass uns da kurz weitermachen. Ähm, genau. Also die Artworks der 101-Serie oder beziehungsweise, ja, Series von Pokémon, die rausgebracht worden sind, die ist schon sehr cool. Da sind schon, also auch diese kleinen Trainer Full Arts und diese kleinen Pokémon Full Arts und Charakterkarten und so, die sind so schön gezeichnet. Also das ist wirklich mega, mega geil. Und was mich jetzt interessieren würde, natürlich, ich weiß es natürlich gerade gar nicht wirklich. Ja. Hast du noch mehr Pokémon-Karten? So auch alte, frühe, Binder, keine Ahnung, vielleicht richtig gegradete oder ist diese 101 deine Sammlung? Oder wie sieht das aus bei dir? Also, äh, grundsätzlich, um das noch, äh, kurz klarzustellen, was Tim meint, ist von 151 tatsächlich das Master-Set, also von dem neuen Set, was sich mit den ersten 151 Pokémon beschäftigt. Da haben wir tatsächlich, äh, ein Video auch auf dem Kanal. Also wenn euch die Sachen interessieren, über die wir jetzt heute auch sprechen, dann schaut gern bei mir vorbei, die findet ihr an auf dem Kanal oder zumindest einen Großteil. Ähm, was ich außerhalb, äh, oder anders als meine 151 Master-Set, äh, Collection quasi noch hab, äh, auf das ich sehr stolz bin, das ist einmal eine Radiant Collection. Das war was, was ich ziemlich cool fand. Es gab in ein paar Sets, wie beispielsweise Pokémon Go damals oder in Verlorener Ursprung, gab's so eine besondere Rarität mit Shiny Pokémon. Ich steh eher auf Shiny Pokémon, deswegen war das voll das Ding für mich, äh, weil das auch der Zeitraum war, wo ich eben angefangen hab, Pokémon so ein bisschen zu sammeln. Und ich hab jetzt quasi jede von den, äh, Radiant Karten, weil einfach die Rarität so sexy aussieht, in, äh, Niermint Deutsch, in so Magnethaltern, hab die in so einen richtig, richtig geilen Koffer rein. Dazu gibt's by the way auch ein Video. Und hab zusätzlich dazu die drei Starter-Entwicklungen, also Glorak, Bisaflor und Turtok, gegradet in neuen Mint, von AP-Grading noch da drin, plus von jedem Set, wo eben diese Radiant Karten drin waren, ein Booster-Pack mit meinem Lieblings-Artwork. Also, was grad, glaub ich, an dieser Radiant Collection klar wird, so, Sammlungen sind was sehr, sehr Individuelles. Und ich glaub, das ist auch so eine Sammlung, die sonst keiner hat, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand die Radiants so geil fand, wie ich die fand. Und deswegen ist es auch so eine Sammlung, wo ich schon find, äh, da bin ich schon sehr stolz drauf. Und es ist eine coole Sache, die ich gern anguck. Vor allem diesen Koffer dann aufzumachen, es hat nochmal so was Professionelles. Ist es so ein Kaiba-Koffer? Ja. So damals? Oh, wie cool! Oh, wie cool ist das denn? Also, es ist wirklich eine... Ja, das ist ja super cool. Ich glaub, ich hab da ein Video gesehen. Ich bin mir aber grad unsicher, deswegen hab ich nochmal nachgefragt, aber dann muss ich sie mir 100% nochmal angucken. Das ist schon eine Weile her. Das ist ja so cool. Das ist ja so cool. Da war leider die Cam-Quali noch nicht so geil, wie sie jetzt ist. Vielleicht kommt irgendwann auch ein Update. Also, ich hab tatsächlich auch vor, nochmal so ein Video zu meiner kompletten Pokémon und zu meiner kompletten Yugi, äh, Collection quasi zu machen. Einfach, dass alles nochmal zusammen ist. Unabhängig von meiner 151 Master Set Collection und von meiner Radiant Collection hab ich, was Pokémon angeht, tatsächlich auch noch ein paar gegradete Karten. Ich hab auch einen Haufen Sealedstaff hier. Also, wie ihr es vielleicht im Hintergrund sehen könnt, ist unschwer. Unabhängig, ja. Unschwer erkennbar. Beispielsweise die Ultra Premium Collection mit Glurak drauf oder die Ultra Premium Collection auch von 151. Ich liebe grad Pokémon Sealedstaff, weil das super sexy aussteht im Hintergrund. Es ist, es ist genial. Und zusätzlich dazu hab ich noch einen Trade Binder, wo ich Karten drin hab, die ich cool find, die ich aber auch teilweise tausche gegen Karten, die mir nochmal ein bisschen mehr wert sind. Und abschließend hab ich tatsächlich auch, ähm, es ist jetzt mittlerweile so ein Running Gag geworden, aber ich hab tatsächlich Karten während dem Umzug, weil ich bin jetzt ins neue Haus gezogen im Juli, hab ich meine alten Karten gefunden, meine Vintage-Karten und hab da wirklich einen Haufen Kram. Es sind noch ein paar Holos dabei, die Zustände sind nicht gut, muss man leider ehrlich sagen. Da hab ich auch letztens sogar schon ein Video dazu gemacht, zu den Vintage-Karten, zu den schönsten. Aber da waren schon ein paar Schätze dabei, die ich halt super, super schön fand. Und es ist halt wirklich cool, auf Pokémon-Karten First Edition zu lesen. Oh ja, oh ja, wenn man Pokémon-Karten First Edition liest und dann noch ein glitzerndes Bild hat, kling, kling, dann klingelt die Kasse. Zumindest kommen dann die, die Dollaraugen mal ganz schnell hervor. Also, ähm, und wenn dann noch alles gut draufsteht, ne? Wenn dann noch Oldschool ist, also Vintage-Karten, First Edition, Glitzer, das ist so, mhm, mhm. Es ist halt schon faszinierend, weil jetzt haben wir wirklich so Full-Arts und Alt-Arts und früher, weißt du, das, was früher eigentlich der Shit war mit den Holo-Karten, das ist heute nichts mehr. Das kriegst du in jedem Booster hinterhergeschmissen. Ich finde es so faszinierend, auch mal das so ein bisschen zu sehen, so die Entwicklung. Ja, total. Also, wenn du heute einen Pokémon-Booster aufmachst und eine normale Holo drin hast, dann freust du dich halt nicht mehr, sondern es ist halt so, ja, eigentlich... Oh, nur in der Holo. Es ist halt, also eigentlich schmeißt du das weg, so. Und wenn du früher aber eine Holo drin hattest, dann kannst du dir sicher sein, dass du zumindest einen zweistelligen Betrag daraus gezogen hast. Also, safe. Ja. Es war ja die höchste Rarität einfach. Ja, ja, genau. Und von daher, also, diese Wertschätzung gegenüber Holos ist einfach auch eine komplett andere. Also, im heutigen Pokémon zählen ja eigentlich wirklich nur noch Secret Rares, dann ein paar Ultra Rares, aber da kommt's auch wieder auf das Artwork drauf an. Oder sehr, sehr spielstarke Karten, wobei sehr spielstarke Karten meistens ja auch einen Nicht-Holo-Print haben. Also, da ist der Holo-Print dann auch mehr so, ja, okay, ist nice to have oder für High-Ray-Spieler oder so. Aber es ist halt nicht mehr... Also, die Pokémon-Holo hat eigentlich nicht mehr den Wert, den sie damals mehr hatte. Ja. Habe ich so das Gefühl. Also, es ist... Auf jeden Fall. Also, stimme ich dir voll zu. Also, es ist was anderes. Von daher, ich gehe da voll mit dir. Wenn wir über Vintage-Holos reden, davon habe ich tatsächlich auch einige. Aber da können wir später drauf eingehen. Da kommen wir dann sehr, sehr gerne in meiner Folge noch drauf zu sprechen. Da kommen wir in deiner Folge drauf zu sprechen, genau. Also, abschließend noch zu meiner Pokémon-Sammlung tatsächlich. Es ist so, dass ich noch zwei Pokémon-Fundex hier rumliegen habe. Eins mit Glorak und eins mit Bajan. Weil ich habe schon mal in einem Livestream erwähnt, ich arbeite in einer Jugendeinrichtung, in einer Wohngruppe mit Kindern und Jugendlichen. Und denen habe ich quasi beigebracht, Pokémon zu spielen. Und jetzt spielen wir da immer mit ein paar Fundex. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine geile Sache, die ich zu meiner Sammlung zähle. Einfach diese zwei Fundex. Sehr cool. Wie sieht es bei Yu-Gi aus? Ganz kurz, das kriegen wir auch noch runter. Das haben wir sehr lange und sehr oft, wenn ich über Pokémon rede. Aber wie sieht es bei Yu-Gi aus? Also, Yu-Gi habe ich tatsächlich angefangen zu sammeln. Pokémon sammle ich erst seit ungefähr einem Jahr jetzt. Witzig, dass da schon so viel Stuff zusammengekommen ist. Fragt man sich immer, wie viel Geld man eigentlich für das Hobby ausgibt. Yu-Gi, so, zu meiner Sammlung. Also, worauf ich sehr, sehr stolz bin, auch hier habe ich einen Koffer. Ich liebe Koffer. Und in diesem Koffer sind meine gegradeten Karten drin. So, das sind Karten aus Archetypes, die ich absolut feiere. Da habe ich einen Ulti-Cyber-Dragon, einen Ghost-Cyber-Dragon, eine Dyke-Magician-Girl-Sammlung mit dem Dyke-Magician-Ghost-Girl. Blue Eyes habe ich den Ultimate in Ghost und so weiter. Also, ich habe so viele geile Karten da drin, die ich absolut nice finde. Und zusätzlich zu dieser Graded-Kart-Collection, also zu diesen ganzen Karten, die ich einfach mega feiere, wo jetzt bald auch wieder ein Video kommt, weil ich nochmal ein paar Grading-Commissions habe mit meinen ganzen Ami-Karten. Tim weiß Bescheid, habe ich eben noch einen Archetype-Binder. Weil das Besondere an Yu-Gi-Oh sind einfach die ganzen Archetypes, die einfach so individuell sind und so eine bestimmte Schönheit einfach ausstrahlen. Und dafür habe ich mir einen Binder angelegt, wo ich Archetypes wie Dogmatiker oder Witchcraft reinmache, die mir persönlich sehr zusagen, was einfach nochmal so eine kleine private individuelle Sammlung ist. Zusätzlich dazu habe ich einen OcG-Binder, weil ich früher auf dem Kanal gern auch OcG-Sachen aufgemacht habe. Die Openings sind jetzt leider nicht mehr online, weil ich ja viele Videos von damals gelöscht habe. Den Binder habe ich aber immer noch und der wird bestimmt auch immer wieder gezeigt werden. Zusätzlich und fast auch schon abschließend habe ich eben auch meine ganzen Cores und Decks. Das sind in Yu-Gi-Oh deutlich mehr als in Pokémon. Allein jetzt mein neues Thunder Dragon Dogmatiker Adventure Deck. Plus zusätzlich habe ich ja Sword Soul, Witchcraft, dann Trap Tricks. Und ich glaube, ich habe noch zwei, drei andere Cores. Es sind auf jeden Fall genügend. Um damit spielen zu können. Und passend zu den Deckcores braucht man natürlich aber auch einen Staple-Binder. Das heißt, ich habe einen Binder, wo ich nur Staples drin habe, da sich das Format ja quasi alle drei Monate ungefähr durch die Bandlist einfach verändert. Oder auch mit neuen Sets. Wenn irgendwie jetzt, ich merke auf Locals, ich muss Stroll reinmachen, packe ich den aus meinem Bein da raus, packe die andere Karte wieder rein. Und dann hat es einfach so sein System, dass ich immer weiß, wo sind meine Staples und wann kann ich die austauschen und sowas. Einfach zu wissen, okay, ich habe einen Staple-Ordner für alle Karten, die ich brauche. Und natürlich habe ich auch bei Yu-Gi-Oh! ein bisschen Sealed-Stuff. Ich habe witzigerweise beispielsweise noch einen Dual Devastator hier. Ich weiß nicht, warum ich immer noch einen Dual Devastator hier habe. Die sind aber teuer geworden, ne? Die sind super teuer geworden. Ich glaube, die sind ziemlich teuer geworden. Und beispielsweise auch das LOB, was man jetzt auch im Hintergrund sieht, das ist eins meiner Lieblings-Sammlerstücke jetzt. Ich bin so glücklich, dass Konami gesagt hat, sie printen die Sets von damals wieder, das wollte ich dann unbedingt haben. Habe auch noch ein Traptick-Structure-Deck, passend zu meiner Alumerus in Starlight und meiner Rafflesia in Ulti, ne? Dass man das halt, was ich vielleicht noch abschließend sagen möchte, ne? Wir sind jetzt auch schon fast bei der Zeit. Ich finde es immer schön, die Sammlung auch zu zeigen. Dadurch, dass ich jetzt den Schrank hier im Hintergrund habe, ist es für mich auch als YouTuber quasi möglich, das ein bisschen zu displayen. Und ich mache das ganz gern, dass ich beispielsweise jetzt mein Battle of Chaos, so dieses, doch, mein Battle of Chaos-Display hinten ausstelle, zusammen mit den Dark Magician Starlight und der Blue-Eyes Jetragon Starlight, die einfach zusammenpassen. Dass man einfach so Sachen hat, die man kombiniert, die dann geil aussehen. Oder bei Pokémon beispielsweise meine Mew-Box mit der Mew Funko Pop dazu. Einfach, dass die Sachen so stimmig sind, zusammenpasst und dass es dann einfach, ich weiß nicht, das freut mich einfach dann in das Büro einzukommen und dann einfach diese schönen Sachen zu sehen. Das ist einfach eine sehr, sehr geile Sache und ich glaube sowas, wo man sich einfach individuell auch ausdrücken kann. Ja, ja, fühle ich total, finde ich schön, finde ich wunderschön. Wir haben jetzt schon so oft abschließend gesagt, aber ich habe wirklich noch eine abschließende Frage und zwar, ist dir First Edition wichtig? Oder bei was ist dir First Edition wichtig? Oder sagst du, nee, ist komplett egal? Und, Englisch oder Deutsch? Das ist eine gute Frage. Beziehungsweise sind zwei gute Fragen. Also, ich muss tatsächlich sagen, First Edition ist mir jetzt nicht so wichtig, außer ich habe natürlich eine Karte, wo ich unbedingt First Edition haben möchte. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, weil beim Thema gegradete Karten kommt es immer auf, so möchtest du quasi Plus damit machen oder möchtest du die dann wieder verkaufen? Möchtest du einen besseren Wert rausholen? Nein. Also, bei meiner Sammlung ist es tatsächlich so, mir ist es wichtig, ich stelle die Karten einfach gern aus und da wäre es gut, wenn die Karten auch gegradet sind, dass sie auch UV-geschützt sind beispielsweise. Ist ja nur einer der Faktoren. Es sieht halt auch mega geil aus, wenn die Karte gegradet ist. Also, mir geht es auch nicht darum, quasi mehr Geld aus der Karte rauszuschlagen, sondern einfach nur eine geile, schöne Sammlung für mich persönlich zu haben. Wenn ich die Karten irgendwann verkaufen kann, dann ist es natürlich eine gute Sache. Aber deswegen, First Edition ist mir grundsätzlich erstmal egal, außer es ist natürlich wirklich ein Sammlerstück, wo ich sage, okay, da muss es jetzt First Edition sein. Aber es ist nicht irgendwie jetzt ein extremer Ausschlagspunkt oder ein extremer Faktor, der eben wichtig ist. Und zu der Frage, Deutsch oder Englisch, ich habe jetzt viel Deutsch gesammelt, muss aber auch sagen, dadurch, dass die American Cards jetzt beispielsweise, da sind wir jetzt auch drauf gekommen, dass die einfach für mich deutlich schöner aussehen, habe ich jetzt auch einen Teil englische Karten, obviously. Weil ich jetzt das erste Mal auch amerikanische Karten einfach zum Graden schicke. Und ich werde auch in Zukunft öfters mal American Cards, die ich dann meiner Sammlung zufüge, bestellen. Das heißt, da war es mir relativ egal. Aber wenn es jetzt eine Karte ist, wo ich weiß, die sieht in American beispielsweise deutlich schöner aus, werde ich lieber das Doppelte an Geld irgendwie in die Hand nehmen, je nachdem, was es für ein Preis ist, um mir die American zu holen und die dann graden zu lassen. Weil gerade, wie gesagt, bei der Rarity Collection, die Printqualität war wirklich unterirdisch bei den deutschen Sachen, zumindest das, was ich gesehen habe. Ich kann jetzt nicht für alles sprechen, es gab auch viele mit positiven Erfahrungen. Aber die amerikanischen, die ich jetzt bestellt habe und die deutschen, die ich gezogen habe, die sind, das sind wirklich absolut unterschiedliche Welten. Das ist wirklich crazy. Deswegen bestelle ich lieber mal ein paar American Cards und habe dann die englischen, die vielleicht auch noch geiler aussehen für mich, und habe die dann in der Sammlung. Ja, sehr schön. Bei Pokémon ähnlich oder da komplett egal? Da ist es mir wirklich komplett egal. Also ich glaube, bei Pokémon bin ich eher bei deutschen Karten. Aber mir ist es, also, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen, beispielsweise, ich möchte ein Set aufmachen und dann kostet ein deutsches 130 und ein englisches 110, dann nehme ich das englische. Weil dann ist es mir wirklich egal, wenn ich einfach nur die Packs aufmachen möchte, das neue Set sehen möchte. Also da ist es mir wirklich vollkommen wurscht. Ja, sehr schön. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Gefällt mir. Sehr, sehr rund. Super interessant. Also, wenn ihr auch mal mehr davon sehen möchtet, dann schaut doch mal bei einem lieben Itz. Misha, gebt die vorbei. Dann habt ihr es auch als Videoformat und als Video. Ich glaube, es ist auch noch mal ganz cool, sich die Sachen dann auch noch mal anzugucken als Video. Dann wird das Ganze noch mal so ein bisschen plastischer und ein bisschen schöner, ein bisschen räumlicher. Sehr gerne. Also schaut da gerne mal vorbei, das lohnt sich dick, da mal reinzuschauen. An dieser Seite würde ich sagen, beenden wir diesen Part, weil die Folge ist noch nicht beendet, aber dieser Part ist an der Stelle beendet. Und wir sehen uns gleich wieder auf dem Kanal von Itz. Misha Gedi, wo ich dann mal über meine Sammlung quatschen werde. Von daher würde ich mich das sehr freuen, wenn du gleich mit rüberkommst und dann siehst du auch meine Perspektive und hörst dir meine Perspektive an. Und dann sage ich bis gleich.